Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Trains in Du Ehrer Hier ein Stück... Na ja gut, zur Erinnerung habe ich... Was gebaut... Das letzte... Nicht schon wieder... Achso... Das hat jetzt so... Das hat jetzt so ausgeschaut wie wenn... Eine Mulde drinnen gewesen war... Die Schiene da... Weil ich das offline gemacht habe da... Auf einmal war der Dunkel weg da... Aber ich glaube das war wie... Was ist da passiert... Was ich da gemacht habe da... Dieses kleine... Ähm... Der Teil am Rande... Gut... Jetzt machen wir das Gleisfeld Nummer 3... Und 2... Und 2... Und 2... Müssen wir da jetzt einmal... Und... Das... Dann ist da hochholt... Und... So... Aber das ist eigentlich auch... Da habe ich eigentlich auch so eine, wie nennt man denn das? Ich könnte jetzt nicht sagen so eine Parkbucht, sagen wir mal, für Locken einmal. Da muss ich auch noch irgendwie, dass ich da zwei Locken ziehen kriege. Ja, wulschte Nebensache, jetzt muss ich da einmal, äh ja. Jetzt muss ich das einmal auf die Reihe kriegen, da. So wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Fantasie. So, hm. Warte mal, ich habe da eine Weiche, da. Da habe ich auch ein paar Weiche, da. So. Das ist ein X-Wagen. Hm, warte mal, also ein X-Wagen. Ähm. Ja, das ist doch noch verkehrt. Ich muss die Nehme. Warte lange. Hm. Das ist Dato. Ach ja, was für ein geiles Lied. So. Äh. Äh. Dann kann ich eigentlich nur... Ähm. 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 Gut, das muss ich eh weiter tun. Dass der nur von da gekommen war, aber da muss ich... ...dass ich das mal da... ...schauen, dass ich das da irgendwie zusammenkriegt habe. Ähm. Ähm. Was ist da schon wieder los? Ähm. 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 Da ist es los. Das Öppterrain ist zu niedrig gewesen. So. Wie geht das jetzt da? Am besten, am blödersten und überhaupt. Pfff. So. 4, Komma. Mal schauen, ob ich das da jetzt zusammenkriegen will. Wie das will. Ja klar. Na klar. Was heißt das? Pfff. Ach ja. Ähm. Gut. Ist das jetzt so hab ich's gerade? Gut. Das ist jetzt ein Logbuch. Ähm. Eine Parkbucht. Ähm. Blablabla. Eine Parkbucht. Für Lokomotiven. Gut. Dus die Weichung verset sich dann später mal. Pfff. Pfff. Was ist das? Oh ja. 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 Ähm. Soll es hier ziehen. Soll sie ziehen. Ähm... Achso... Puh, das zahlt sich halt noch... Wo ist das zahlt sich? Was ich da noch weitermachen will, aber... Ja gut, jetzt da... Nicht so tradisch... So... Äh... Da braucht' du noch Einigenwerken... Ähm... Achso... Ähm... Wir wurden zurück, wir wurden zurück... Was 제일 brauche ich die eigentlich... Sogar kurz... Na ja... Das ist... Nein, weil das einmal auf 270 genau gegangen hat, na gut, lassen wir es uns an. Passt einmal so ein... Ach, also der hat die... ok, warte mal. Dann wollen wir das gerne mal so. Um, yo. Ach so, na, kann ich nicht sagen. Wirklich wahr, das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Ähm, ja. Da ist schon wieder... ähm. Na, da ist was schief gegangen. Da ist was schief gegangen. Aber jetzt nicht mehr so. Ähm. 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 Ähm, ähm. 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 Gut, da kann ich zwei Locken hinstellen, APT ist los, die im 62 da, das sei dahingestellt. Man, ja, ich habe immer gedacht, das geht, achso, das ist die andere, da ist auch noch eine, achso, das ist die. Ähm, ja, gut, das hat er dahingestellt. Gut, ja, und dann gehen wir leider noch nicht, warum weiß ich nicht. Äh, joi. Bitte, dass ich einmal gerade hinkriege. Gut, das ist einmal nicht gerade. Gut, passt. Und dann habe ich gesagt, dass ich da, okay, dann muss ich da noch auf 6 gehen. Gut, 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 10 Minuten haben wir schon. Aufnehmen tut's, ja. Oh, ja. Äh. A warte Song. Äh, ich sehe das schon, dass das... Na, schaut gut aus. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Buh, 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 buh. Ja, aber das ist jetzt die Frau gewesen. Äh, äh, äh. Ist jetzt, oder sonst. Äh, 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 äh Pfff Gorlitz Jaaa Bauart Besuchergerlich Aha, das waren jetzt die Güterwaggon Die haben schon auch so Die haben ja auch so abgefragt Uuauauaua Obgefragt aus aber das waren's nicht Nan Ehhh Hemo? Achso Was fällt da schon wieder? Boah, ich dachte das Gut, ich will nur eine Auswahl, aber das suche ich nicht. Ah ja genau, den suche ich, aber da müsste es eine zweite auch noch geben. Ah, da ist die zweite, da geht die gleiche nur in blau, oder? Wie, ja, und die umdrehe, also, also, ja, da stelle ich mit die weg da. Pfff, na, ich lege auch, das ist doch. Ach, hey, wie mache ich denn das? Hm, Sam, ja, pfff. Hm, tt, 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 schmalzt du aber auch nicht. Pfff, na, ich lege auch nicht. Pfff, na, ich lege auch nicht. Pfff, na, ich lege auch nicht. Gibt's auch nichts. Ne, nö, ne, nö, nö, aber... na... Nein Nein Äh Das muss jetzt in meinem Raum stehen Das kann ich noch immer machen Irgendwie da Ähm Was soll der Schatz da jetzt? Tch Okay, so gehts nicht Also weiter 4 Ähm Dum 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 Ähm Pfff Ähm Ja das haben wir eh schon richtig Genau Ja Ich baue schon wieder 4 5 Oder doch Wo ist mein Fundus von Objekten? So, jetzt haben wir schon noch das jetzt da Na, nicht Ach Gott, wieso wird denn das dann? Ja gut, das geht dann doch hin Ja, ich tue schon wieder abschweifen Ich tue schon wieder viel zu weit nach vorne So, jetzt schauen wir mal wie das jetzt da Auuuuh Das war ja komplett falsch angedockt Auuuuh Achso, da habe ich auch noch Auuuuh Gut, das nehmen wir gleich als Aufgelieckste Ja, warte einmal Dann machen wir das soo Das machen wir gleich einmal soo Genau Wow Wann einmal noch runter tut Warte, schreit nicht einmal Geht nicht da Wow Und dann mache ich das gleich als Außenbereich gleich durch Hmm Na Nu 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 so Warte Fäi Tau Genau Ne Na komm So jetzt müssen wir die zwei händigen Locken holen Obwohl die waren da noch eingeschaltet OBER Achso OBER 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 THIS IS THE BLUE Achso, Nah den muss ihm also holen Der Greed ist uns dran los, weil die weif noch nicht aktiviert sein Ehm... But da... Ah, was ist jetzt los? Ok, das gibt es jetzt nur noch so Die Opala falsch Gut, dann muss ich den Ein Bauheld lockern Aha, das ist Der Appala Der Appala Einen Verstehen Schmon Ansonsten Verstehen